Ali Koc hat angerufen, er will 15 Millionen für mich bezahlen. Dabei bin ich nicht mal Fußballer, ich spiele für das Galatasaray Volleyballteam. Was geht ab, Freunde der Sonne? EM-Auslösung ist geschehen. Die Türkei ist in der Gruppe F gelandet und sie hat eine echt mögliche Gruppe oder passable Gruppe bekommen, sagen wir mal so. Mehr als passabel. Mehr als passabel, dennoch happig, wir werden heute alle Gegner oder möglichen Gegner, können wir sagen, etwas bearbeiten, etwas besprechen. Vorher möchten wir euch bitten, in die Kommentare zu schreiben, was ihr von der Gruppe haltet und ein Abo dazulassen für den Forzember, Freunde der Sonne. Hört sich gut an. Richtig. So, erstmal, wann sind die Spiele und wo wird gespielt? Meir. So, das erste Spiel ist am 18. Juni in Dortmund gegen den Gegner aus dem Playoffspiel C. Das heißt entweder Kasachstan, Georgien, Griechenland oder Luxemburg und einer von diesen vielen Nationen wird dann in der Gruppe F neben Türkei, Portugal und Tschechien Platz nehmen. Die spielen quasi dieses Playoff-Turnier und der Gewinner zieht das Ticket und fährt mit zur EM nach Deutschland. Das zweite Spiel ist ebenfalls in Dortmund und das ist am 22. Juni, dann gegen Portugal. Gegen diesen Mann da drüben. Gegen diesen Mann hier. In Dortmund. In Dortmund, also zweimal Signal Iduna Park, 80.000, die Hütte wird brennen, Nordrhein-Westfalen, ihr seid da gefragt. Ja, Mann. Und das dritte Spiel und das letzte Gruppenspiel zugleich ist in Hamburg am 26. Juni gegen Tschechien. Was sagt ihr an sich zum Gruppenfahrplan? Ich finde, psychologisch vorteilhaft, weil du kannst gegen den vermeintlich schwächsten Gegner, gehen wir mal davon aus, dass es Griechenland oder Georgien wird, schon mal mit drei Punkten ins Turnier starten. Dann hast du den schwersten Brocken vor dir, Portugal, ja, aber du startest mit drei Punkten in das Spiel und sollte da alles schieflaufen, hast du die Möglichkeit, gegen Tschechien im Finale alles in deiner Hand zu haben, um dann weiterzugehen. Ich bin anderer Meinung. Ich mag es immer sehr, wenn man den schwersten Gegner am Anfang hat. Selbst wenn du da verlierst, haben die anderen beiden ja die Möglichkeit zu patzen. Wir fahren auch, sagen wir, keine Ahnung, spielen unentschieden. Dann hast du den schwersten Gegner hinter dir, im besten Fall haben deine Gegner beide nur einen Punkt und dann kommen zwei Spiele, in denen du siegen kannst. Ja, beide Szenarien haben ihre Vorteile. Also wenn du mit drei Punkten startest, kann es die Motivation fördern und das Selbstbewusstsein. Du hast einfach das Risiko, direkt beim ersten Spiel zu patzen, weißt du? Wenn du da patzt, dann ist es ein bisschen schwieriger. Beim ersten Spiel kannst du dann noch kommen, Turniereinstieg gegen Portugal kannst du verlieren. Ja, aber das Spiel musst du natürlich gewinnen und deswegen, wer wird hier auf die Türkei warten? Wir haben ja gesagt, gehen wir mal von Griechenland und Georgien aus. Griechenland gibt es einige Bekannte, vor allem in der Super League, vor allem bei Trabzonspor, Bakaseta, Siopis. Und bei den Georgien gibt es einen großen Weltstar und das ist Quaratschgelia von Napoli. Kennt, glaube ich, jeder. Der dieses Jahr aber auch nicht so krass ist wie letztes Jahr, aber trotzdem ein sehr gefährlicher Spieler. Er hat auf keinen Fall das Fußballspiel gelernt. Nein, nein, das nicht. Ich meine aber, ich höre zum ersten Mal, dass Georgien überhaupt sich für eine EM qualifizieren könnte. Das heißt schon, also Dela Cavara hat schon ein bisschen was gemacht. Der Torwart, glaube ich, spielt in der La Liga, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendwas war da, Valencia, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich würde auch sagen, dass Griechenland und Georgien so die Favoriten sind. Die werden auch beide dann spätestens im Finale aufeinandertreffen. Und Griechenland ist wirklich nicht schlecht in Form. Die letzten fünf Spiele haben sie drei gewonnen. Eine Niederlage und ein Unentschieden. Die eine Niederlage war gegen Holland. Und das letzte Quali-Spiel gegen Frankreich hat man Unentschieden gespielt. In der EM-Quali-Gruppe wurde man Dritter hinter Frankreich und Holland. Und also das wäre vielen Nationen der Welt passiert, in so einer Gruppe nur Dritter zu werden. Aber die können schon auf jeden Fall Fußball spielen. Luxemburg, eher unwahrscheinlich. Und Kasachstan war jetzt auch nicht so schlecht in der Quali. Aber Griechenland hat auch schon mal eine EM gewonnen. Also dieses Turnier hat Geschichte für sie. Georgien ist in ihrer EM-Quali-Gruppe Vierter geworden. In der Gruppe waren Spanien, Schottland und Norwegen. Ist keine Schande. Ist keine Schande, aber man merkt schon. Aber in der Nations League haben sie besser abgeschnitten. Weil sonst wäre Norwegen in diesem Playoff gewesen. Ja genau. Also Nations League haben alle diese Mannschaften, die in diesem Playoff teilnehmen, ja gut abgeschnitten. Sonst wären sie ja nicht hier. Dementsprechend waren sie. Also die waren natürlich auch in dieser Nations League-Gruppe, was du ja angesprochen hattest. Wo auch vermeintlich, es war so Skill-Based Matchmaking, kann man sagen. Ja genau. Ja auf jeden Fall. Die Nationen waren auf deren Level. Zum ersten Mal bringt das was. Also wir gehen von Griechenland aus. Natürlich kann alles passieren. Es kann auch Kasachstan weiterkommen. Aber wir gehen mal von Griechenland aus. Also man kann jetzt nicht sagen, ja easy win. Nee, auf keinen Fall. Aber es geht schlimmer so. Deswegen passt es so. Wenn du in der EM was reißen willst. Auf jeden Fall. Ich bitte dich. Das zweite Spiel, wie gesagt, und jetzt kommen wir zum ersten Knüller dieser EM, wird das Spiel gegen Portugal sein. Oh ja. Auch in Dortmund. Und die portugiesische Nationalmannschaft, ich glaube, viel brauchen wir zu ihr nicht sagen. Sie hat einen Markwert von über 920 Millionen Euro. Durchschnittsalter knapp 28 Jahre jung. Und Portugal ist siebter in der Weltrangliste. Also die haben einiges auf dem Kasten, einiges vorzuweisen. Die haben jetzt die EM-Quali. Jedes Spiel gewonnen. 30 von 30 Punkten geholt. War jetzt auch eine leichtere Gruppe, ja. Aber bei den Portugieschen spielt Cristiano Ronaldo. Der Siebener. Nummer sieben. Kennst du den? Von Al Nasser. Kennst du den? Der? Der ist ein guter. Nummer sieben. Weiß schon. Das zeige ich dir später. Der hübsche da. Aber wenn du vielleicht auch auf dem Sturm haben könntest, ist der Trainer von Portugal. War ehemals belgischer Nationaltrainer Roberto Martinez. Seit seinem Amtsantritt, Portugal hat das letzte Spiel gegen Marokko verloren. Bei der WM. Das war auch das WM-Aus gleichzeitig. Und seitdem hat dieser besagte Roberto Martinez mit den Portugiesen 10 von 10 Spielen gespielt und auch gewonnen. Hochgewonnen. Boston auswärts 5-0. Das ist eine Hausnummer. Muss ich schon sagen. Aber ja. Die Spieler brauchen wir nicht großartig sagen. In der Abwehr rum. Die ersten Mittelfeld. Bernardo Silva, Ronaldo im Sturm. Bruno Fernandes. Es sind viele Premier League Spieler. Blau ist der Spieler mit dem höchsten Marktwert. Jean-Felix. Also ganz, ganz viele Hochkaräter in den eigenen Reihen. Irgendwo ist auch nochmal so ein Jotter. Ja, Jogo Jota auch noch mit drin. Zehn Siege, 36 geschossene Tore und nur zwei kassierten. Das war in dem einen und selben Spiel gegen die Slowakei. Ja, die Mannschaft ist wirklich stark. Also individuell auf jeden Fall und auch als Kollektiv. Anscheinend haben sie sich wirklich verbessert. Haben wirklich alles rasiert. Aber wir sagen zwar hier, Portugal ist aber keine Turniermannschaft. Also ihr größter Erfolg ist der EM-Sieg 2016. Sonst nichts. Ein EM-Finale noch gehabt. 2-4, wo du Griechenland schon erwähnt hattest. Auf jeden Fall alles von Top 1, 2 Lash gewesen. Aber mein Traumlos war tatsächlich Portugal. Es ist echt ein Traumlos. Ja, wirklich. Wie gesagt, du musst ein... Es klingt zwar paradox so, du reist gegen Portugal, aber... Du kriegst sowieso einen Kracher. Genau. Und dann lieber die Chance, noch einmal den Goat bei seiner letzten Show nochmal so live zu sehen. Und ich finde sie nicht unschlagbar, ohne Scheiß. Das kommt noch dazu. Mit den Portugiesen haben wir noch eine Rechnung offen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir uns die WM-Teilnahme verwehrt. Man hat neun Mal gegeneinander gespielt. Sieben davon hat man verloren. Und zwei hat man gewonnen. Auch hier kein Unentschieden zwischen beiden Mannschaften so irgendwann. Entweder Sieger oder Verlierer. Nach den Portugiesen kommt dann am 26. Juni die Tschechische Republik. So, und die Tschechen, mal. Das ist aktuell nichts mehr als ein großes Pulverfass. Erstmal, wieso? Drei Spieler von denen, also die haben sich für die EM qualifiziert. Und deren Trainer hat davor schon angekündigt, dass er sein Amt niederlegen wird. Er hat hingeworfen, trotz EM-Quali. Grund dafür, vor dem alles entscheidenden wichtigen Spiel für die Qualifikation. Die war nämlich auch noch nicht ganz fix. Gegen Moldawien, wann drei Nationalspieler bis tief in die Nacht in einem Nightclub feiern. Ai, 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 ai. Praha? Praha, no. Tschechien hat einen Marktwert von 132 Millionen. Im Vergleich zur Türkei liegen die da gar nicht so weit darunter. Wie viel hat denn die Türkei? 185. Krass. Und ich denke mal, der wird noch steigen bis zur EM. Ja. Hört sich schon echt nicht viel an, so bei der Anzahl. Im Vergleich zu Portugal ist es eine Million. Aber ich hätte schon so mit 300 oder so gerechnet. Weil wir haben schon fast die Spieler. Wie viel hat sich Spieler? 120 sowas? Fener hat wie viel? 210? 200, ja. Ja. Deswegen ja, das ist ja nur Fener und da hat man einen Hakan, hat man einen Arda Güler. Arda Güler. Der hat halt wenig gespielt. Solche Leute ziehen gerade den Marktwert. Vielleicht ist er auch gar nicht noch mit einkalkuliert worden, weil er ja nicht im Kader ist offiziell. Aber auf jeden Fall nicht weit entfernt so. Was aber kalkuliert wurde, ist die FIFA-Weltrangliste. Tschechien liegt hier auf Platz 39, zwei Plätze hinter der Türkei. Die Türkei liegt auf Platz 37, also auf Papier. 37 ist viel zu viel für uns. Auf Papier, auf Papier ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Jammer. Leichter Vorteil gegenüber der Türkei. Das letzte Aufeinandertreffen, ich glaube es war 2022, konnte die Türkei auch für sich entscheiden. 2-1 müsste das Spiel ausgegangen sein. Glaub ich auch, ja. Ein gutes Omen. Du hast ja angesprochen, dass die Türkei einige Spiele schon gegen die Tschechen gewonnen hat. Wo war es denn deren Top-Stürmer oder Top-Spieler? Zuczek. Zuczek, Patrick Zuczek, Leverkusen ist ein Talent. Die haben fünf Bundesliga-Spieler in ihren Reihen. Also die können schon was. Und bei der letzten M vor allem Patrick Zuczek hat er super rasiert. Auf jeden Fall. Aber er hatte jetzt auch viele Verletzungen, spielt jetzt bei Leverkusen auch so mäßig die zweite Geile. Die haben jetzt noch circa sechs, sieben Monate, um sich auf dieses Turnier vorzubereiten. Ein neuer Trainer, dies, das. Platz 39 auf der Welt. Ich denke mal, wie gesagt, du hast es vorhin schon angesprochen. Wenn du hier weiterkommen möchtest, musst du die Tschechei schlagen. Jetzt, wo noch Tschechien in die Gruppe dazugekommen ist, erinnert es schon ein bisschen an die Gruppe von 2008, dem legendären Turnier von der Türkei. Hat schon 2008 Vibes. Damals war die Schweiz noch mit drin. Die Schweiz war mit drin. Und das Turnier war ja ein erfolgreiches, kann man sagen. Bis ins Halbfinale. Das verbinde ich mit sehr, sehr schönen Erinnerungen. Und ja, damals hat man in dieser Gruppe 3 zu 2 Tschechien besiegt, das legendäre Comeback-Spiel. Ja. Und ja. Danke, Tschech. Gegen die Tschechen haben die Türken eigentlich auch eine gute Bilanz. Sieben Mal ist man aufeinander getroffen. Man konnte fünf Mal gewinnen und nur zweimal verlieren. Der Gegner liegt uns anscheinend. Und wenn man da muss, man eigentlich gegen Tschechien wirklich drei Punkte, gegen den Playoff-Gegner, dann holst du auch drei, musst du drei Hunde. Gegen Porta kannst du machen, was du willst. Das Spiel gegen Tschechien, wie gesagt, es haben 26 in Hamburg. Also normalerweise hast du halt wirklich die Chance, wenn davor vieles schiefgelaufen ist, den Deckel zuzumachen. Angenommen, du spielst im ersten Spiel ein Unschieden und gegen Portugal verlierst du, dann hast du die Möglichkeit, gegen deinen direkten Kontrahenten das Ding fix zu machen. Wie gesagt, im schlimmsten Fall Platz drei. Aber ich gehe wirklich nicht davon aus. Und auch in Hamburg wird die Stimmung grandios sein, ähnlich wie in Berlin. Für mich ist die Türkei wirklich, ich meine es nicht ein bisschen geschleimt, aber für mich ist hier die Türkei beim sehr, sehr guten Niveau. Es werden viele Spieler, die wir jetzt noch gar nicht gesehen haben, wie ein Arda Güler, noch mit aufstoßen bis zur EM. Kananil, das wird sich weiterentwickeln. Ferdi wird wahrscheinlich eine gute Saison spielen. Hoffentlich bleiben sie verletzungsfrei. Ortkun Hakan haben wir gar nicht gesehen bis jetzt. Ortkun Hakan haben wir gar nicht gesehen. In den letzten Spielen zumindest haben sie gar nicht gesehen. Deswegen, also es bleibt abzuwarten, wie Montella die Länderscheepause im März nutzen wird und wie da die Ergebnisse sind, weil das wird natürlich dann auch nochmal motivationsbedingt einen Schub setzen können oder vielleicht demotivieren. Aber ich bin guter Dinge, ich bin guter Dinge. Prediction, auf welchem Platz beendet die Türkei diese Gruppe? Eieieiei. Irgendwie habe ich das Gefühl, Gruppenerst, das ist vielleicht einfach mein Optimismus wieder. Aber realistisch gesehen, Portugal wird sehr schwer. Ich denke gegen Portugal nur unentschieden spielen und die restlichen beiden Spiele gewinnen. Also Portugal und Türkei bei den sieben Punkten. Und dann wird die... Das war eigentlich erst, aber... Weißt du was? Aus als Tordifferenz? Tordifferenz. Wird dann entscheidend sein? Ich denke tatsächlich die Tordifferenz und da, glaube ich, wird Portugal besser abschneiden. Einfach aufgrund dieser übermachtenden Offensiebe. Das kann sein, auf jeden Fall. Aber gegen Portugal sehe ich ein Unentschieden realistisch. Ja, ich auch. By the way, Freunde. Wenn ihr auch vorhabt, irgendwie es zu versuchen ins Stadion zu gehen. Wie gesagt, heute ist der 3. Dezember und ihr könnt jetzt offiziell das Ticketportal der UEFA nutzen und euch für die Tickets bewerben. Natürlich sind nur eine begrenzte Anzahl an Tickets verfügbar und es ist eine Art Losgefahren. Aber immerhin wisst ihr jetzt schon, für welche Spiele ihr euch bewerben müsst, anders wie beim ersten Verfahren. Und ihr habt Zeit, bis zum 12. Dezember euch auf der Internetseite von der UEFA unter Apply for Tickets oder irgendwie sowas für die Tickets anzumelden und zu bewerben. Bonne Chance in dem Falle und viel Glück, Freunde. Wenn man die Tickets dann tatsächlich zugelöst bekommt, ist man dann auch verpflichtet sie zu kaufen? Ich glaube, du hast eine Woche Zeit und dann musst du sie kaufen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du sie kaufen müsstest. In diesem Sinne bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu bitten, einfach die Kommentarfunktion zu nutzen und euch oder uns mitzuteilen, was ihr von der Gruppe haltet, wo ihr die Türkei sehen werdet, auf welchem Platz. 1, 2, 3 oder vielleicht auch 4, ich weiß es nicht. Bleibt euch zu überlassen. Ich bin gespannt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch viel Spaß im restlichen Fortzember. Wir sehen uns morgen im Livestream mit der Süplik-Analyse. Bye, bye. Ciao, Freunde. Dankeschön.